Es ist pünktlich 8.30 Uhr am Donnerstag, etwas verregnet heute bei uns wahrscheinlich ein wenig Vorfreude vor dem Wochenende für die Gärtner, dass es nochmal ein bisschen regnet, aber das soll uns hier an dieser Stelle egal sein. S&P 500, britischer Fund, Schweizer Franken und euro-schwedische Krone sind die Peaks Test Tages hier heute Morgen auch live in der Besprechung zuvor. Allerdings erst einmal allen hier einen guten Morgen und die Einladung, wer Fragen hat, bitte direkt rein hier in die Chats auf Facebook und auf GoToWebinar, dann können wir direkt auch drauf eingehen. Bevor wir in die Charts hinein starten, wie immer der wichtige Risikohinweis, den bitte ich in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Sie wissen es, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Weiter geht es mit der Planung des Tages durch die Tagesnachrichten. Was kann heute die Märkte bewegen? Wichtige Nachrichten, zwei Stück. Wir sehen es heute an der höchsten Relevanz. Um 14.30 Uhr bekommen wir die Baugenehmigung und den Filifed Herstellungsindex. Und dann geht es weiter mit den Dingen um die zweite Relevanz. Da kriegen wir am Vormittag etwas EZB. Und zwar hier gibt es eine Rede von Herrn Pratt um 9.30 Uhr. Dann spricht Herr Weidmann um 10.15 Uhr so rum. Wir haben heute wieder das Treffen der Eurogruppe aus den USA. Bekommen wir dann noch die Informationen hier nochmal um die Wohnungsbaubeginne. Wir bekommen Erstanträge der Arbeitslosenhilfe und dann aus den USA noch einmal reden von FOMC-Mitgliedern. Das hier alles am Nachmittag in den USA bei uns am frühen Abend nach 18 Uhr. Das also ein paar wichtige Nachrichten für den Donnerstag. Übrigens morgen ist ja wieder Freitag. Da haben wir wieder unsere längere Besprechung. Großer, großer Chartcheck. Ist ja einiges passiert in den Indizes. Da schauen wir rein. Und dann gab es ja diese Woche noch die Informationen von der ZEW. Heißt also wir schauen mal ganz genau ins Detail, was hier im ZEW Konjunkturindex drinnen steht. Weil das ja sehr sehr wichtig ist für die deutsche Wirtschaft. Und das ja die Dinge auch sind, die die Wirtschaft spielen. Wichtig an dieser Stelle. Also hier auch nochmal ein Blick in die wichtigsten Ereignisse. Hans, Harmin, Fernando, Elena auch einen schönen guten Morgen. Danke für die Grüße hier an dieser Stelle. Also rein in die Charts. Und wie schon gesagt, sehr sehr gerne auch die Einladung. Wer möchte einen Wunschmarkt hier besprochen haben, einfach bitte bei mir hier in die Charts hineinschreiben. Und dann können wir darüber sprechen. Wir starten hier mit einem Blick in den Wochenchart des Euro-Schwedischen oder der Euro-Schwedischen Krone. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, Mensch, was guckt denn der Seidel hier jetzt in den Wochenchart rein? Wir wollen doch aktiv hier traden. Ja, können wir machen. Machen wir auch. Aber manchmal hilft es halt auch ein bisschen größer, den Zeitrahmen abzustecken, um hier gewisse, sag ich mal, Überdehnungen oder Zonen zu finden, wo es möglicherweise doch in deutliche Korrekturen übergehen kann. Und da hilft hier beim Euro-Schwedische Krone, wir können das ja hier bei Tickmill traden, sehr sehr schön, wenn wir uns mal den Wochentrend aufgucken oder anschauen. Hier haben wir ja schön den primären Aufwärtstrend in der Woche hier untergeordnet, ebenfalls den sekundären Trend. Beide natürlich logischerweise aufwärts gerichtet. Und was sehen wir noch? Wir sehen noch einen weiten Lauf. Das heißt, wir sind sowohl im primären als im sekundären über die alten hochs drüber gegangen und stehen in weiten Bewegungen. Was kann nach weiten Bewegungen kommen? Was wächst an Wahrscheinlichkeit? Richtig, dass es zu einer Gegenbewegung kommt. Schaut euch das mal hier an. Beim letzten Mal, da sind wir auch von relativ weit unten gekommen, sind nochmal ein bisschen übers Hoch gegangen. Dann kam ein relativ großer, tiefer Korrekturverlauf. Vielleicht spielt der Markt das gleiche hier. Hier hatten wir ein Anzeichen dafür, eine vollständige Abverkaufswoche. Hier könnte sich Ähnliches anbahnen. Ich sage das einfach könnte, weil der Markt hat diese Woche halt schon deutlich abverkauft. Hat hier oben um die Marke von 10, naja knapp 85 ihr Top gefunden und dreht jetzt wieder runter. Und das ist interessant zu sehen, warum. Wir haben hier einmal das Vorwochentief. Das haben wir um die Marke von 10, 68 liegen. Ich hänge mal ein Preisschildchen dran. Hier an dieser Stelle. Also hier haben wir das Wochentief ganz knapp. Dort unten etwas tiefer hier an dieser Stelle gerichtet. Und dann haben wir auch noch den Anlaufbereich hier im Ausbruch. Das heißt, wir haben einmal den Ausbruch hier auf der großen Ebene hier in dieser Station. Also diese Marke hier drüben, die wir haben um die 10, 72, 7. Und dann noch etwas weiter unten drunter den nächsten Anlaufpunkt dieses Aufwärtstrends. Das heißt, hier könnte durchaus etwas Korrektur anstehen mit Blick auf das, was wir hier momentan sehen. Und da schauen wir natürlich einmal in die untergeordnete Trendgröße, also in die Zeiteinheit des Tages hinein. Und da sehen wir, was hier geschieht. Wir sehen halt hier diesen weiten, weiten Lauf auf Tagesbasis sehr, sehr schön stark nach oben gelaufen. Und jetzt kommen wir hier oben nicht so richtig, sage ich mal, aus der Knete. Das kann jetzt hier an dieser Stelle ein kurzer Rückgang auf Tagesbasis sein. Deshalb ist es wichtig, dass wir hier mal das Vorgängehoch der Woche mit im Auge halten. Beziehungsweise hier, was wir hier auch sehen, schön dieses Ausbruchslevel bei 10, 64, 6. Das auch mit dem Auge behalten für die korrektive Phase nach unten. Das heißt, Woche und Tag sind ja aufwärts gerichtet. Wir sehen jetzt hier korrektive Phase. Und das könnte sich aufgrund der Verortung in der Woche doch noch ein ganzes Stückchen tiefer ziehen. Wir könnten ja mit Blick auf diesen grün eingezeichneten Trend durchaus auch bis in diesen Bereich hier runter um die 10, 40, 3 laufen. Und da haben wir natürlich viele, viele Chancen, weil das Feld nach unten weit offen ist. Aus diesem Grund hier einfach schauen, wenn wir hier eine Umkehr bekommen, Das heißt, wenn sich hier die Schwäche von gestern weiter fortsetzen sollte, dann wäre das eine Chance, die Seite nach unten zu traden. Bekommen wir allerdings aus einer sehr, sehr flachen Korrektur hier schon wieder Umkehrsignale nach oben. Dann können wir kurzfristig mal schauen, laufen wir vielleicht nochmal hier oben ran ans Hoch bei 10, 84, 9. Oder laufen wir sogar drüber. Die Chancen sind hier da. Auf alle Fälle, das ist mal ein Blick wert. Das ist ein kleiner Nebenwert, aber auch damit kann man gutes Geld verdienen, wenn man eine schöne Streuung im Portfolio auch haben möchte. Schauen wir weiter. Bleiben wir noch in den Währungen drinnen. Währung heißt hier nächstes Währungspaar, britischer Fund, Schweizer Franken. Haben wir vor kurzem schon mal miteinander besprochen. Haben wir jetzt hier wieder auf der Uhr. Der ein oder andere hat es vielleicht noch im Kopf, wo wir drüber gesprochen hatten. Genau hier oben. Was war damals unser Ausgangspunkt? Und der Ausgangspunkt war folgendes. Hier im Vorfeld der massive Bruch dieses Aufwärtstrends. Dann die starke Gegenbewegung hier oben hin war wirklich stark. Wir haben uns sehr, sehr stark angenähert an diesen roten Bereichen oben, an diesem Widerstand. Das war das Hoch hier drüben bei 1, 34, 2, 3, 3. Und dann haben wir hier, hier oben den Hochlauf gehabt und das Umkehrsignal bekommen. Ich habe es mal noch drinnen gelassen. Das waren unsere entscheidenden Spannen. Und hier kam Schwäche rein und wir haben damals gesagt, wenn sich diese Schwäche bestätigt, dann haben wir die Wahrscheinlichkeit in unseren Händen oder auf unserer Seite, dass sich hier oben erst einmal ein Doppeltop bildet und der Markt dann einen zweiten Schwung nach unten aufnimmt. Hier in diesen Bereich rein. 1,29, 1,47. Wie schon gesagt, das war die Wahrscheinlichkeit. Nichts mit Recht haben oder wie auch immer, sondern einfach nur schauen, was steht denn hier möglicherweise im Rahmen einer Trading Idee drinnen. Und dann sehen wir jetzt hier, was daraus auch geworden ist. Das ist sehr, sehr schön, was hier geschieht. Und jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Gestern an dieser Stelle hier unten 1,29, 1,47 ist das Low. Gestern sind wir im Tief schon sehr, sehr nah herangelaufen. Und jetzt stellt sich halt die große Frage. Kommt dieser Schub mit weiterer Kraft voran und bricht das Level hier unten? Wenn ja, haben wir erstens einen neuen Abwärtstrend am Laufen und zwar einen ziemlich weit gelaufenen. Also vom Prinzip her einen ziemlich großen. Der hat dann im nächsten Schritt auch in meinen Augen noch durchaus das Potenzial, kurzfristig hier diesen nächsten Support um die 1,28, 5,2,3 anzulaufen. Das zur Unterseite. Ohne weiteres möglich. Das im Kurzfristbereich. Was muss passieren? Selbstverständlich. Wir müssen hier unten drunter laufen unter das Tagestief von gestern. Das ist sehr, sehr wichtig. Auf der anderen Seite ist hier wiederum ein Szenario entstanden, wo wir jetzt weit gedehnt sind. Wir haben wirklich einen sehr, sehr, sehr weiten Bewegungsschub gemacht. Hier haben wir also auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt rumdreht. Und das sieht man dann am besten in den kleineren Zeiteinheiten, in den 5 Minuten. Wir schauen uns das auch gleich mal an. Hier drüben haben wir ja auch so einen Rumdreher gehabt. Reingelaufen und dann deutlich hoch. Das steht uns ja auch bevor. Das heißt, wir haben hier den massiven Schub nach unten. Dann kommt es zu einem Rückschnapper jetzt hier in dieser Situation oder auch hier im Support. Dann liegen die nächsten Punkte vor uns. Erst einmal auf alle Fälle das Tageshoch hier von gestern um die Marke von 1,3028. Das hier das Top. Wenn es weiterläuft, haben wir das nächste Tageshoch noch da. Beziehungsweise sind das dann auch die Swing-Highs, die wir in der Stunde auch sehen können. Wenn ich diesen Abwärtstrend hier mal sehe, schauen Sie da rein. Einfach mal hier schön die Schwünge unten rein. Und dann haben wir halt hier bestimmte Level, die wir anlaufen können, die wir in den Schwungbereichen auch mit sehen. Die dann zur Zielplanung eines, ja sage ich mal, Rückschnappers genutzt werden können. Und hier unten, wenn wir uns das Ganze mal anstellen, die Stunde. Sollte die Stunde jetzt hier unten hochlaufen, also kein neues Tief machen, sondern hier wirklich den Bounce machen. Das wäre dann ein erstes Indiz für eine Gegenbewegung. Ob die kommt, wie weit die kommt, der Markt wird es uns zeigen. Die Chance ist aber auf alle Fälle da. Wir müssen aber nur eins im Blick halten, bitte an diesen Stellen, das sage ich auch immer. Nur weil jetzt ein Markt so tief in diese eine Richtung gelaufen ist, haben wir noch keine Garantie, dass der wirklich hochdreht. Wir sehen es nachher, wenn wir uns nochmal die Handelsidee vom Euro-Britischen Fund anschauen. Da haben wir auch sowas gehabt und der Markt macht nicht unbedingt an so einem Punkt wie hier Halt und dreht wieder rum. Wir brauchen schon ganz klare Setups, die wir hier in diese Richtung traden können. Da müssen wir wirklich auch drauf achten. Sigmund, ich sehe gerade, du liest hier oder du schreibst Euro-Britisches Fund und Euro-Australdollar möchtest du haben, machen wir gleich in Kürze. Britisches Fund ist auf alle Fälle auch mit da. Da will ich mal kurz noch in die Handelsbesprechung vom letzten Mal noch mit etwas anhängen. Jetzt blicken wir erstmal hier in den S&P 500 rein. Der Index, den wir hier haben. Wir hatten ja gestern den Nasdaq besprochen. Der Nasdaq ist sehr, sehr schön aufgegangen. Unsere Handelsidee. Erstmal auf steigende Kurse. Jetzt blicken wir hier an dieser Stelle einmal hinein in den S&P 500. Das ist auch eine kleine Vorwegnahme von dem Großen, was wir morgen besprechen. Deswegen will ich aufs große Gesamtbild hier aktuell auch noch gar nicht eingehen, sondern einfach mal die jetzige Situation beleuchten. Was haben wir hier? Wir haben hier auch einen weit nach unten gelaufenen Markt. Tief in die Korrektur hineingegangen. Wir haben jetzt hier den Abpraller gehabt und der Markt läuft jetzt nach oben. Das ist erstmal ein sehr, sehr positives Zeichen. Das hält die Chance für weitere Kurssteigerungen offen. Jetzt kommt allerdings ein Aber. Wir haben hier einen großen Außenstab und wir wissen allesamt, was in Außenstäben oder innerhalb von Außenstäben passiert. Das ist häufig ein wirres Hin- und Hergespränge. Das heißt, der Markt hat uns hier zwar jetzt aktuell in den letzten beiden Tagen viel Freude gemacht mit steigenden Notierungen. Gestern haben wir es auch gesehen. Erst nach unten gelaufen, dann wurde wieder das Tief aufgekauft. Das ist also eher ein etwas bullisches Verhalten. Aber es ist noch keine hundertprozentige Entwarnung da, dass wir jetzt wirklich tatsächlich schon nach oben laufen. Warum? Zwei Dinge. Nummer eins oder eigentlich sind es drei Dinge. Nummer eins, wir sind immer noch im Außenstab. Das heißt, wichtig wäre, dass wir den nach oben verlassen, um diese Situation komplett außen vor zu halten. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, wir haben hier oben doch schon einen bestimmten Widerstand drinnen liegen, um die Marke von 2860 Punkten. Der muss auch gewuppt werden und das ist auch nicht unbedingt die leichteste Aufgabe. Und dann Nummer drei, das schauen wir uns jetzt mal hier im Stundenchart an. Wenn wir uns mal diesen großen Verlauf hier anschauen, den wir jetzt hier unten haben. Wir hatten hier schon mal leicht den Sprung oben drüber und dann ist der Markt wieder komplett nach unten eingebrochen. Das heißt, wir sind zwar hier in die Situation gekommen, dass wir diesen laufenden Abwärtstrend hier mal gebrochen haben, aber der Markt ist danach wieder komplett eingebrochen. Das heißt, es ist wieder direkt in die Bewegungsrichtung hier runter reingelaufen. Jetzt sehen wir hier an dieser Stelle zwar einen aufwärts laufenden Markt, aber wir sind noch nicht über diesen wichtigen Bereich hier oben drüber. Das heißt, wirkliche Entwarnung würde ich persönlich erst dann geben, wenn wir uns wirklich hier oben drüber stabilisiert haben. Das heißt, das, was wir hier sehen, dieser Aufwärtstrend, der ist schön zu sehen. Der ist auch sehr schön handelbar. Also das heißt, wenn wir jetzt hier aus der Korrektur wieder nach oben laufen, wäre das schon sehr von Vorteil, weil wir sehen, dann wirklich Stärke reinkommen. Das ist alles schick, das kann man alles handeln. Man muss aber immer im Gedanken haben, wir sind in dem Widerstandsbereich. Wir haben diese übergeordnete Situation noch nicht rausgenommen. Das heißt, das könnte unter Umständen auch eine Bärenfalle sein. Bitte unbedingt beachten. Wir haben hier Wahnsinnschancen auf einen genialen Lauf nach oben. Allerdings haben wir hier auch ein gewisses Risiko. Und dieses gewisse Risiko spielt der Markt halt auch gerne mal. Und Herr Trump ist auch da. Und Herr Trump kann immer viel bewegen. Das haben wir ja gestern gesehen. Erst sind die Märkte gedümpelt. Der Euro ist ordentlich unter Druck gekommen. Dann hat Herr Trump irgendwas gesagt in Richtung Zölle. Europa, Autos, doch nicht so früh. Was ist dann passiert? Bäm! Die Märkte sind brutal nach oben gelaufen. Das ist einfach momentan auch eine Phase. Das muss man immer mit dem Hinterkopf behalten. Also das bitte wichtigerweise auch im Money Management betrachten. Wir haben wahnsinnig schöne Chancen. Nutzt die hier zum Traden. Deswegen schauen wir rein. Aber bitte auch die anderen Seiten mit dem Kopf behalten. Wir wollen ja, dass wir hintendran noch weiter traden können. Und nicht ein Konto haben, was platt ist. Das also hier zum S&P 500. Und damit gehe ich mal rüber. Nochmal zur Währung. Wir haben hier Euro-britisches Fund. Und jetzt mal hier wieder mit dem Blick in den großen, großen Bereich, was wir hier haben. Also das hier ist mal noch die große, übergeordnete Richtung. Heißt also hier an dieser Stelle, da oben ist momentan das Zwischenhoch gewesen. Also hier oben, da, die 0,87, 2,27 haben wir hier als Top gehabt. Wir haben vor, boah, gestern oder vorgestern war es gewesen. Ich glaube gestern. Ich habe es aber nicht mehr genau im Kopf. Wir standen hier genau an diesem Punkt. Wir haben hier diesen Trendkanal nach oben laufen. Hier, ich ziehe es mal kurz noch etwas höher. Wir sehen, dieser Trendkanal ist wirklich massiv stark am Steigen. Und da sage ich immer, nur weil wir hier so eine massive Überdehnung haben, ja, wo der Markt einfach schnurstracks in eine Richtung läuft, heißt das noch lange nicht, dass wir auch eine Korrektur bekommen. Also das heißt nicht hier an so einem Widerstand einfach blind links nach unten laufen, sondern immer schauen, dass wir Umkehrsignale bekommen. Jetzt sind wir hier im nächsten Devil drin und laufen hier oben ran. Gestern kam da etwas Schwäche wieder rein. Heute kommt schon wieder die Stärke rein. Das heißt, schöne Fahnenstange, deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns immer solche Sapports hier anschauen. Wenn wir da wirklich Umkehrungen bekommen, ist das gut zu sehen. Was haben wir jetzt noch? Wir haben hier einen leicht trendenden Markt nach oben. Und jetzt können wir halt in diesen Bereich auch mal reinschauen, was an Potenzial nach oben noch da ist. Wenn wir dieses hoch hier rausnehmen, dann haben wir durchaus den nächsten Anlaufpunkt weit weg hier oben bei 0,88399, das Top hier oben. Der Markt ist hier offen. Die Frage ist jetzt nur, laufen wir direkt hoch oder kommt noch mal eine korrektive Phase? Da muss man einfach jetzt mal abwarten. Ich persönlich bin kein Freund, in so stark laufende Fahnenstangen reinzukaufen, weil einfach der Trend auch schon relativ alt geworden ist. Und sowas immer mal wieder trenden kann nach unten, also in die Gegenrichtung. Deswegen das immer auf der Uhr haben, Potenzial nach oben ist weiterhin da, aber auch das in Anführungsstrichen Risiko, dass wir eine Umkehr bekommen. Und so eine Umkehr können wir auch sehr, sehr schön sehen, wenn wir uns den Trendverlauf im Kanal mal anschauen. Hier der schöne Abwärtstrend. Hier haben wir das letzte hoch, hier haben wir das letzte tief. Wenn wir hier nach unten trenden, beziehungsweise diese Abwärtslinie verlassen, dann wären das Chancen, etwas nach unten zu traden. Die Anlaufpunkte stehen, wie schon gesagt, im Markt auch drinnen. Die haben wir da, das also hier zum euro-britischen Pfund. Und danach hat der Fernando sich noch gewünscht, mal reinzuschauen in, was war es gewesen, Pfund Austral, oder? Machen wir auch glatt, gucken wir erst mal hier in den Tagesschart mit rein. Ah, hier sehen wir auch, den haben wir auch schon mal in Besprechung gehabt, vor nicht allzu langer Zeit. Da hatten wir hier auch so eine schöne nach unten laufende bullische Flagge. Der Ausbruch ist auch gekommen, ist auch ein Stück weit nach oben gelaufen, aber hat die Kraft dann verloren an diesem Punkt? Was sehen wir hier momentan im Chart? Ich nehme bloß mal kurz hier die Marken raus, dass wir hier etwas mehr saubere Dinge haben. Wir sehen hier momentan einen nach unten laufenden Markt. Das heißt, wenn wir uns die Stunde auch gleich mal angucken, da werden wir sehen, im Groben haben wir hier einen Schwungbereich, dass wir hier im Abwärtstrend uns befinden. Und wenn sich dieser Abwärtstrend hier nach unten fortsetzt, gehen wir halt auch weiter in die korrektive Phase rein. Das heißt, wenn wir uns nun mal den aktuell laufenden Trend anschauen, ist das ja dieser hier, den ich hier grün skizziere. Wenn ich sage aktuell laufender Trend, meine ich, es gibt ja immer wieder Trendgrößen innerhalb einer Zeiteinheit, wo wir sehen, dass die ineinander fließen. Und wenn wir jetzt diese Betrachtung hier mal machen, dann müssen wir einfach sehen, das hier ist der laufende Aufwärtstrend. Das, was wir hier sehen, ist einfach, weil der so weit gelaufen ist, eine korrektive Phase. Der Anlaufpunkt nach unten wäre ohne weiteres auch möglich. Erst einmal hier einen Test, dieses Ausbruchsniveau um die 1,84,487. Beziehungsweise haben wir ja hier das laufende Trend tief auch noch um die 1,83,046, was das Tief hier unten ist. Das sind also die Punkte und jetzt blicken wir hier nochmal rein, um die Entscheidung hier zu bekommen, was der Stundenchart dann macht. Und hier sehen wir den Stundenchart auch im großen Bild schön nach unten laufen. Und wenn wir hier eine Umkehr sozusagen bekommen sollten, das wäre dann das Zeichen, dass der Markt möglicherweise nach oben drehen will. Wir sehen das hier auch, wir haben hier eine gewisse Range in dieser Sache drin. Also das heißt, der Markt hier tut sich momentan ein bisschen schwer, so sagen wir mal eine Hauptrichtung zu finden. Wir sind oben begrenzt, wir sind unten begrenzt, also die Range läuft hier hin und her. Im Sinne dieses übergeordneten Aufwärtstrends könnte das hier eine Bodenbildungsphase sein. Entscheidung wird halt getroffen, wenn der Markt oben drüber läuft, wenn man in den großen Aufwärtstrend reinhandeln möchte. Im Stundentrend hier ist das auch interessant, wenn man einfach mal sagt, okay, in Range Trading, oben nach unten, unten nach oben. Im Median hat sich der Markt hier immer wieder getroffen. Wenn der Markt allerdings weiter nach unten läuft, dann haben wir das, was ich gesagt habe, auf der Tagesbasis. Also wenn wir das jetzt mal sehen, das große in der Stunde, dann haben wir hier erst einmal den dynamischen Lauf nach unten gehabt. Sieht man hier auch ein bisschen trendförmig. Als nächstes haben wir dann die Situation, dass wir hier an dieser Stelle hier, wir sehen es selbst, mal rumgedreht. Die Gegenbewegung hatten und dann hier hat das Ganze am Ende zu einer leichten, sage ich mal, Trendformation nach unten geführt. Das ist das, was wir auf Tagesbasis sehen, aber halt nur leicht. Der Markt hat es mal angelupft. Es ist unentschieden momentan. Läuft er weiter runter, setzt sich dieser blau markierte Abwärtstrend fort. Das ist das, was wir auf Tagesbasis auch sehen. Und dann haben wir hier eher erst einmal ein Zeichen Ausdehnung der korrektiven Phase in die Märkte unten rein. Fernando, ich hoffe, es passt soweit. Wenn noch Fragen sind, gerne nochmal kurz rein. Remo, Programm gewechselt. Morgen, Mike, keine Ahnung, was das jetzt heißen soll, aber du bist gerne auch eingeladen, morgen wieder mit dabei zu sein. So, weitere Fragen habe ich jetzt hier an dieser Stelle nicht. Von der Seite her hoffe ich ein paar gute Ideen gegeben zu haben. Und dann passt das Ganze auch. Fernando, du wartest ab. Das ist auch das, was ich in diesen Situationen für mich als Trader auch immer mache. Gerade wenn wir solche Chartbilder sehen, wo es ein bisschen hin und her geht. Und gerade beim Austral-Dollar, wir haben ja auch das Ganze schon ein paar Mal gesehen, beim Euro-Koppelung mit dem Austral-Dollar. Da gibt es immer mal so Phasen, wo der Markt sich finden muss. Und wenn dann eine Entscheidung kommt, dann geht es mit Schmacke hinein. Also, heißt an dieser Stelle, wir gehen jetzt in den Handel. Der Markt macht gleich auf. Ich drücke uns allen die Daumen, dass unsere Setups wieder sehr, sehr schön anlaufen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Allen gute Trades und dann bis dahin. Und Remo, einen schönen Freitag. Tschüss, bis morgen. Tschüss, bis morgen.